So könnt ihr eure Freunde den Sammergeist verarschen, indem ihr einen AFK-Bug habt, obwohl ihr schon längst im Ziel seid. Und wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Diesen Trick könnt ihr hauptsächlich in den Runden verwenden, was Speedruns sind, also die Runden, wo ihr am Ende halt in ein Ziel reinrennen müsst. So wie ihr es hier schon im Eclipse seht, auf das Ziel zurennen, dann auf die Stange draufspringen und dann in der Drehung in Richtung Ziel gucken und wieder außerhalb vom Ziel rausspringen, so dass ihr euch qualifiziert, aber trotzdem außerhalb des Zieles steht. So denken die Leute, ihr wollt einfach ein bisschen warten oder ein bisschen trollen von der Ziellinie oder ihr seid AFK, obwohl ihr schon qualifiziert seid und die Leute versuchen euch noch runterzuboxen, runterzutreten, so dass ihr nicht ins Ziel kommt, obwohl ihr schon längst drin seid. Und wenn ihr weitere Tipps und Tricks in Sammergeist herausfinden möchtet, dann macht erst das Plus weg und liked das Video.